Hi Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA. Diesmal Kyon und ich gegen Jan. Du bist grün, ich muss passen zu dir. Nach rechts, links laufen, links laufen. Und Fitten kommentiert ein bisschen. Nach links? Ja, ich kann die FIFA kommentieren oder so. Kyon und ich spielen gegen Jan. Hä? Auf welche Seite? Du bist grün. Heute versuche ich es mal vor. Und du bist rot. Heute versuche ich es mal schneller zu für mich zu entscheiden. Was machst du da? Du schießt volles aus, ey. Der hat mir auch mal den Ball abgenommen. Also so schlecht war es ja wohl. Ja, es schießt dann weg. Wir grätschern ein bisschen. Wir sind die Grätschmannschaft. Wie kann man grätschern? Was? Nicht zu unserem Tor laufen. Hier, hier, hier. Da, bitte schön. Hier, hier, hier. Ja, mhm. Ach, ich hätte das geahnt. Nein. Ach so, das bist du, Jan. Ja. Ach so, mit X kann ich grätschen. Wir sind die Grätscher hier. Wir grätschen Jan weg. Nimm Strafraum. Na, was ist das denn? Ja! Ne, wir fangen. So ungefährlich, ey. Nicht aus der Reverse. Ne, ne. Nicht aus der Reverse. Wo kann ich? Hier. Pass einfach weiter. Pass. Nichts. Wohl. Nein, was machen wir? Den hast du. Ich wüsste nicht, wo ich bin. Wie geil. Fynn, kannst du vorhangen? Was? Vorhangen zu machen. Kannst du vorhangen? Kannst du vorhangen? Kannst du vorhangen? Kannst einfach die Roller draufhangen. Du bist gewechselt... Mach einfach die Roller runter. Ey, nicht die Vorringe aufmachen. Lewandowski ist so ein... Pin, du hast die Vorringe aufgemacht. Lewandowski ist so ein kleiner Idiot. Pp. Nicht Wiederholung. Wer hat Wiederholung? Ich nicht. Hä, ist gerade mal voll dunkel. Nicht, noch nicht, noch nicht. Oh, blau. Muss ich jetzt so lange warten? Nein, mach jetzt einfach. Mach einfach die. Mach jetzt. Komm. Ist ja gut. Oh, der war okay. Der war okay, der Fall. Der war okay? Wer ist denn jetzt der Torwart? Du bist der Torwart, Kimmel. Wieso passt du denn? Du kannst doch mal weit nach vorne schießen. So, jetzt drübel ich alle aus. Zack. Hier, in die Mitte. 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 Los geht's. Ja. Muss doch passen. Hier, 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 hier. Ja, ja, jetzt hier. Ja, 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 ja. Nein. Ah. Voller Foul, ey. Nein, das war kein Foul. Komm, wir machen das ja Elfmeter. So, hinten rennen wir mal. Ja. Oh, komm, ich muss jetzt hinter ihm herrennen. Rennt ihr alle. Rennt. Noo. Das war ein klares Foul, Mann. Nein, das ist kein Elfmeter. Kein Elfmeter. Junge, rote Karte. Ich bin nicht auf dem Hocker. Wenn dann nach hinten auf dem richtigen Stuhl. So, jetzt Freistoß. Weil das ist... Oh, Freistoß. Oh, der war knapp, oder? Oder hol dir einen Stuhl. Warte mal. Hol dir doch schon mal einen Stuhl, weil er gleich spielt. Ah, nee, dann setzt Jan sich irgendwo an. Setz dich einfach da vorne hin. Dann kannst du... Das sah dann mal wirklich knapp aus. Nur dann nicht vor die Kamera gehen. Achso, ich bin Torwart. Oh nein, ich hab gepasst. Hier, hier, hier. Blablablabla Blablabla Langsam, langsam... ooohh... Ins Gesicht. So zerstört man das Handverspiel des Gegners. Den hab ich zwar schon eine gelbe regal. Blaschkundi! Mann, du bist lechter Dortmunder und machst den nicht! Wir können wohl nicht da vorne einfach rumlaufen. Ja, ich will doch weg! Ey, dann fasst doch! Wir sind überall Spieler! Von dir! Klasse, wie ihr denn das Aufbauspiel des Gegners zerstört! Total! Oh Mann! Dafür gibt's den Foul! Okay, die gelbe Karte verstehe ich auch nicht, aber ein Foul war's auf jeden Fall! Ja, aber ich hab dich im Elfmeterbereich schon gefoult und dir hat einen Freistoß gegeben! Das war bescheuert! Los, was? Mach einfach einen X! Der hat einen Freistoß statt Elfmeter gegeben, ne? Ja, genau so! Das fand ich dumm! Das fand ich ein bisschen unfair! Hier, hier, hier! Ich dribble alle aus! Na, auf jeden Fall! Ich will den Elterribbeler! Mach kurz! Vorsicht! Vorsicht! Ich hab mich selber gebraucht! Komm! Kölner hat den Ball! Hier, hier, hier! Nein! Na, was machst du denn? Ja, jetzt versaußt die unsere Sonne! Ja, Glowacki! Ja, Glowacki! Pfff! Kölner hat den Ball! Passt zu Jan! Jetzt einmal! Jan schießt! Klamm! Leva Wdorski, du Flachpfeife! Noch niemals den machst du bei! Nichts! Den! Kölner hat den Ball! Kölner hat den Ball! Pass weiter, pass weiter! Ja! Ja! Nicht mit X passen, mit A passen, ne? Ach, ja! Jan hat den Ball schon los! Ja, ich bin im Moment nicht so gut! So, Kölner hat den Ball! Er ist immer nicht so gut! Nein! Kölner... Ach, äh, Julian! Julian! Ja! Pass! Jetzt hat wieder Jan im Ball! Scheiße! Wofür kriegt er jetzt erstmal einen Rätsch ins Gesicht? Ach, auch noch ins Gesicht! Sieht man! Alter! Ja, passt zu Jan! Wo bin ich? Scheiße! Nein! Ich krieg die Kurve nicht mehr! Ja! Er schießt! Ja, ich hab den Ball! So ungefährlich! Jolo Jolo Jolo! Guck 0 zu 6! Du siehst es! Kölner! Kölner hat den Ball! Kölner! Ich finde, der Tor hat gewonnen! Ne, doch, Kölner hat den Ball! Ich hab den Ball! Julian! Kölner! Wieso können Schüsse nicht gleich die Torung fahren? Wir werden wenigstens unentschieden spielen, Kölner! Ja! Ne! Julian hat den Ball! Oh! In die Mitte! In die Mitte doch! In die Mitte doch! 4! Ah, nee, ah, nee, nee! Jetzt aber! Ne! Ich komm von der Seite! Komm von der Seite! Alter, ich bin hier vorwärts! Der schwarzer Tod! Weil mein Spieler nicht mehr so ist! Der schwarzer Tod! Dann kannst du auch hier wechseln! Oh, was ist denn? Sag mal, ganz viel schlechter geht's ja nicht! Ne, was passiert? Hä, was ist... Ne! Es gibt nur ne gelbe Karte, aber... Ne, ach so, puh, ich dachte auf die Mitte jetzt! Ich hätte am ersten Freistoß, glaub ich, gewesen, oder? Kölner hat den Ball! Hörst du Julian! Oh! Oh! Nein! Doch, Kölner hat den Ball wieder! Hörst du dich durch Jan! Durch Jan! Hörst du dich durch Jan! Hier, in die Mitte! In die Mitte! In die Mitte! Okay, Leute, Leute! Rausgeschossen! Geht doch! Oh, komm, ich war aber weit! Ja, los, mach jetzt! Weiter! Schnell! Wo bist du? Schnell, schieß einfach! Ich bin überall! Hä? Was war das denn? Den hab ich aber gegen Julian auch einmal gemacht! Am Anfang ist das wirklich schwer! Ne, echt nicht! So! Jetzt aber rein damit! Schöne Attacke! So! Jetzt hat er den Ball! Einmal nicht weggeguckt! Jetzt hat Kölner wieder den Ball! Ja, wegen meiner Grätsche! Kölner versucht sich, sich da so nicht zu drängeln! Oh, Alter! Das ist so aus wie Kölner in Wend! Nein! So! Und dann hat er mal! Schieß doch! Oh, daneben! Zum Glück daneben, äh, so mein Torwartfeld! Ja, ne? Findest du ja der Kommentar drauf! Ja, ich sag das alles! Ne! War nichts! Alter, ich hab ihn da nie gefahren! Ja, ne! Weg mit dir! Ne, das war jetzt auch nichts, aber... Ja! Beim nächsten Mal bist du reif! Hier! Marcel reif! Was bin ich dafür, wenn ich automatisch rede? Halter! Alter, 0-0! Nein, das gibt's nicht! Was ist passiert? Was hab ich wohl gerade gemacht? Boah! Ernsthaft! Ich rät hier alle! Oh, ich muss die Aufnahme umgeben! Ah! Ja! Ja! Juhu! Das darf ja auf keiner Seite stehen! Den muss er doch machen! Doch! Kümel auf den Ball! Passt zu Julian! Warte, das ist doch fantastisch! Julian, pass doch mal! Kümel auf den Ball! Hier! An der Seite! Wow! Wieso rennt der dazwischen, der Spieler? Nicht passen! Nicht passen! Du schießt mit B! Das Teil passt ins Tor! Oh! Hätte sogar fast geklappt! Ist wirklich so! Android! Was hast du da? Du lässt das Feuerzeug auch liegen! Jetzt! Ja! Nein! Das ist eine rote Karte! Das ist eine rote Karte, Mann! Nein! Schon wieder krieg ich eine rote, ey! Ich mach überhaupt nichts! 31 Minuten! Och! Ehrlich! Ehrlich! Etwas auf die Mütze! Ich wär eben durch gewesen! Oh! Das kümel drauf! Okay und los! Mach hinne! Mach jetzt hinne! Das ist Zeitverzögerung! Verdammte! Verdammte Kacke! Nein! Hier sind ganz schön viele Spieler versammelt von ULP und von Michi über Muki.de ULP! Achso! Ich war gar nicht der Grüne! ULP! ULP! Schaut euch ULP an! Ja! Natürlich auch! Ja wenn ihr dieses Video seht, dann schaut ihr euch ja schon! Boah! Aha! Boah! Wie hässlich der aussieht! Los geht's! So jetzt! Wollt ihr noch eh für ihren Kanal Streichwerbung machen heute? ULP! 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 Und für dener! Den und Pizme! Könnt ihr auch ruhig mal abonnieren! Dafür brauchst du keine Werbung machen! Wir haben die eh schon mal abonniert! Trotzdem! So du bist gleich am Boden! Ja du! Ja du! Was schießt du denn aus? Gibt das jetzt einen Freistoß? Ne! Gelbe! Was geht's Karon? Ist wirklich so! Das war gar nicht so süß! Ein heftiger Pass! Ein heftiger was zu Jan! Was war das denn? Ne oder? Ne oder? Ne oder? Ja! Nein! Nein! 1 zu 0! 1 zu 0! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! In your face! Ich muss mir die Aufnahme nochmal angucken! Wieso? Das ist lustig! Ich will sehen wer daran schuld war! Haha! Kimmit glaube ich! Ich glaube Kimmit hatte zu dir gepasst! Ja der hat nämlich zu dir gepasst! Ja ich glaube das war Kimmit! Nein! Warte wo bist du? Wo bist du da? Oh Leute! Ja! Oh mein Gott! Ja das ist gut! Das ist gut! Das ist nicht gut! Weil Leute... Leute wie wenig Spieler wir nur noch haben! Zwei Rohzonen schon sind wir so wenig! Ja! Dann seid ihr noch neun! Komm wir schaffen null! Da waren es nur noch neun! Neun kleine Jäger weiß man! Neun kleine ULPs! Ja! Ja! Nein er ist drinnen! Was für ein geiles Tor! Alter er rennt weg und der... Was für ein geiles Tor! Das ist die Rache Julian! Bams! Wie geil! Besser kann man den schon nicht mal machen! Okay passen! Passen! Passt! Nicht nach hinten laufen! Wir müssen jetzt mit so wenig Spielern wie möglich! Was macht das? Alter du nimmst doch noch nicht mal an! Ja ich... Wenn du so ne Scheißpass machst! Du musst nicht... Du musst mit A passen! Nicht mit X! Hab ich! Das war dich A! Das war X! Was du gerade gedrückt hast! Wohin? Puch! Das machst du jetzt aber Julian! Ich weiß! Ah dafür grätschig ihn uns wieder raus! Ne! Mit den gelben Karten natürlich! Jo! Abseits! Abseits! Wirklich? Na bitte wohl Abseits! Okay das geht's! Hier! Nein! Nicht mit A! Nicht mit A! Autsch! Ich muss zu dem wechseln! Du musst füllen! Füllen hör mal auf! Mit Stalker! Gleich ist das Spiel vorbei! Boah! Hab ich! Oh! Falsche Richtung! Doch! Richtige Richtung! Alter! Der war mal geil! Wer kriegt den? Boah! Mann! Selbstschuld! Hör mal! Den hab ich dir grad geil weggekriegt! Also da kann man nichts gegen sein! Wie lange schießt! Für den Kopf! Und die Hände auf den Ball! Wie immer! Oh Brani! Oh Brani! Oh Brani! Niemals! Nein! Oh Brani nicht! Oh Brani! Oh Brani! Was war das denn Kürben? Wem ist das besser als Garno? Ja vielleicht stimmt! Es sah irgendwie aus, ob du mit den Ballen... Nein! Verarsch! Verarsch! Nein! Doch! Wer war das jetzt? Wer! Kürben! Wie geil! Wie geil! Kürben ey! Wie geil! Danke fürs Streifen! Doch höher können wir doch nicht mehr verlieren! Doch ich kann euch noch ein Rade zu wenn ihr wollt! Das ist doch kacke! Jetzt haben wir... Alter! Ein Eigentor! Köpf den erstmal bei uns rein! Und das war aber ein gutes Tor! Aber ihr hattet kaum Chancen! Außer vielleicht eine oder so ne? Okay gleich ist die Folge vor uns zu Ende, dann ist das Spiel eh zu Ende! In 8 Sekunden! Wir verabschieden uns schonmal von euch! Ihr wisst bestimmt wie das Spiel ausgeht! Jetzt ein Tor noch zu Ende! Und ich sag nur Ciao!